Den Lukas oder Schlag den Rab? Schlag den Rab. Stracciatella oder Haselnuss? Okay Lukas, jetzt bist du dran mit Schwarz oder Rot bei deinen Übungen. Lukas, Radecki oder Radecki? Radecki, Radecki. Turku oder Helsinki? Turku, auf jeden Fall. Hüppje oder Antiniemi? Antiniemi, unsere Kollegen, ja. Nordlicht oder Flutlicht? Uh, das ist schwierig. Flutlicht. Katze oder Spinne? Spinne. Fußballer des Jahres 2016 und 2017 oder Sympathieträger? Sympathieträger. Twitter oder Instagram? Beides eigentlich, aber Instagram muss ich mich entscheiden. Manuel Neuer oder Ika Casillas? Neuer. DFB-Pokalsieg oder Europa-League-Sieg? DFB-Pokalsieg. 1-0 oder 6-4? 1-0. Kaffee oder Tee? Kaffee auf jeden Fall. Fangen oder Fausten? Fangen. Sauna oder See? Sauna. Radler oder Läufer? Läufer. Kiefer oder Fichte? Kiefer oder? Fichte. Was ist Fichte? Tanne. Äh, Kiefer. Hau den Lukas oder Schlag den Rab? Schlag den Rab. Stracciatella oder Haselnuss? Äh, Stracciatella. Eisbecken oder Eis am Stiel? Äh, die zweite. Safety oder Danger? Danger, immer. Ribeye oder T-Bone? Ribeye. Herrlich oder Loistjeliasti? Loistjeliasti. Warum? Ja, es bedeutet eigentlich das Gleiche. Auf Finnisch muss man nach Hause was bringen. Perfekt. Vielen Dank Lukas. Danke.